Kroatische Weine sind in Deutschland noch nicht so bekannt, aber ich stelle euch hier trotzdem mal einen vor. Es ist ja nie zu spät, seinen Horizont zu erweitern. Ich habe letztes Jahr mit meiner Familie in Istrien Urlaub gemacht und war sofort auf der Suche nach dem passenden Wein zum Urlaub. Die bevorzugte Rebsorte in Istrien ist der Malvasia Estarska. Malvasia Estarska, das gibt leckere Weißweine mit viel Frucht, wenig Säure, einem super schönen Aroma und extrem fruchtig viel Geschmack. Viel genauer will ich da gar nicht drauf eingehen. Ich finde das immer extrem schwierig. Müsst ihr einfach selber probieren. Aber so ein bisschen ähnlich wie ein Trebbiano oder Trebbiano di Lugana, der ja gerade auch extrem im Trend liegt. Ich meine, zugegeben, in Sachen Preis-Leistung ist Kroatien schwierig. Da einen Weißwein zu finden für unter 10 Euro, das war schon echt schwer. Aber mein Vermieter, der Stiepan, hat mich dann auf die richtige Fährte gebracht. Er hat gesagt, geh mal zu Arman, die machen Top-Weißweine, für ihn die Besten in der Gegend. Und dann bin ich auch zu Arman gegangen und muss sagen, von dem Arman Malvasia Estarska war ich dann mega begeistert. Für 85 Kuna ist das echt ein Schnäppchen gewesen, ein Top-Wein. So gut, dass ich gesagt habe, brauchen wir auch in Deutschland. Der schmeckt mir auch, wenn es hier draußen warm ist. Und so gibt es jetzt Arman auch bei Genuss 7. Und den Malvasia Estarska, den kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Den müsst ihr unbedingt mal probieren. Also, bei Genuss 2